Ja, hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer. Jetzt bin ich in Köln, FIFA-Event. Und ich bin sehr gespannt, was mich erwarten wird bei der ganzen Sache. Dabei sein wird Pete Sweet, vier Leute davon. FIFA-Tastics, die Hamburger Youngstars, ich. Wer ist noch dabei? Wen hatten wir noch? Jetzt wird ich wieder vergessen. Egal, es werden einige dabei sein und ich bin mal gespannt, was mich erwartet. Es wird ein Turnier geben, also es sind zwölf Leute und ich will nicht den letzten Platz machen. Das ist schon mal das Wichtige von Heimweg-Spaß haben dabei. Dann hat mich alles gelohnt auf jeden Fall. Gut, dann gucken wir auf jeden Fall mal rein. Und ich versuche so viel wie möglich noch nebenher hochzunehmen, dass wir noch für andere Sachen gehen. Ja, dann viel Spaß. So, wir sind jetzt angekommen hier am Odysseum. Die Sonne geht schon unter. Köln-Odysseum ist irgendwie so ein Kinderparadies. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Aber wir gucken uns das auch gleich nochmal an. Vielleicht filme ich auch nochmal da drinnen eine Runde. Und hier sind auch schon ein paar andere Jungs. Wir haben ja für Game Insight gerade einen kleinen Knipp-Knipp-Klipp gedreht. Und Game Fanatics ist gerade auch angekommen. Die machen auch noch ein kurzes Video oder so. Ich weiß nicht. Ja, der nächste Schritt wird also sein, wir gehen da mal rein in den Laden. Und Köln ist höllevoll. Wir haben einen Tag vor dem dritten Advent. Und wir haben uns gar nicht durch die Reihen durchgekriegt. Da durch die Einkaufsstraßen. Da war die Hölle los. Na ja, gut. Schauen wir mal rein. Und ich bin echt gespannt. Es gibt drei Pokale, habe ich schon gesehen. Und na ja, dritter Platz wird zwar sehr schwer. Wahrscheinlich für mich unmöglich. Aber egal. Ich versuch's einfach.